der Dinger schießt. Was? Mef-Controller? Also ich nehm kein Mef. Ich nehm nur Crystal. Ich nehm nur Crystal. Lappen gehen wir nach, ich stelle eine Beacon. Futter, falsche Richtung. Balcony Drop! Andere Richtung Jungs, andere Richtung! Achso, die hört mich ja gut aus. Nein, nur mal... Ich hab noch gesagt, ich bin in der Nähe, ich bin in der Nähe, ich bin in der Nähe, ich bin in der Nähe. Ich bin in der Nähe, ich bin in der Nähe, ich bin in der Nähe, ich bin in der Nähe. Ich hab' alle, ich brauch' den Säden, ich muss reparieren, das ist ein bisschen zu tun. Scheiß, das ist es, man muss nur noch bloß anwesend sein. Ich glaub' nur, der Macken hätte daher... Ja, dann bleibt dran! In der Nähe. hier ich sage mal die hatte das stehen ich will den warum bist du nicht auf dem TAF? das ist noch andere Mechstern leider nicht was haben wir ja ah jetzt hat das wir haben ja schön und heute war der Gratulation wir sind das Quotter das gedreht hat eigentlich nicht eigentlich nicht eigentlich nicht weil eigentlich war ich schon gedreht als ich reinkam und ich war der Erste ne eigentlich war mal lach ja, da kommt einer hoch bei Nummer 5 und es darf nicht jetzt hä, ich sterbe, wo denn? ich sehe nichts der Edelbender ist gestorben ja, ich weiß sicher Vorsicht, geh mal rein Oh, ja da, ja jetzt schön ruhig bleiben jetzt zur Australis Danke, das ist Teamplay ich kacke in meiner Rolle auch gerade richtig ab was machst du denn ich bin spiel und spiel ich wollte einfach nur mal zu euch kommen das kann im posten eben passen wir müssen im posten ja so heißt mir ich bring dich wieder in ordnung mein freund oder das ist anders er dich nicht ich bin mein freund ist auch nicht also ja also kann ich stehen bleiben liegt noch einer muni pack dann bleibe hier kann einfach stehen ich hatte schon und ich hätte jetzt alles das ist ein wichtig das wenn ich taktisches Pläne als er bei der Tür stehen raus ist er und so Achtung hinter dir und fertig es hat gewertet in ihrem Herd abtisch die Kürze ich weiß ich glaube die Kürtel gar nicht dass die Schieße es egal hatte was schießt wieder vorläufig und 8 das wollen die da waren und gehen wir noch da war er feiert einfach weggebracht die stück nach einem von euch erwischt oder wie also muss doch sein ich bin erlöschte auch ich weiß von wo denn sie sind so genaue verliert aber verlieren von der seite raketen du stehst beim auch mal ein spion wir verkippen mit ab und anseite groß schießt mir mal bitte das so ein cooles muni päckchen und mannig will ich dann wollen den hierbei da ist noch einer das keiner mehr liegt da ist da sind noch mehrere das ist jetzt auch hier bei anderen leuten die munition schnappen du hast hinter dir einen kultur direkt hinter dem block aber auch da jetzt darunter gilt weil du unfähig das spion ein herr und der arzt jetzt hast du meinen kiel geklaut den habe ich auf rotes leben geschossen müssen wir gar nicht hier im enttäuscht schießen wieder bis zu der art und du gibst ihm wieder schrub dafür bin ich max ich immer gut so lebt mit der weg wegholen das ist wir wollten nicht mehr ragen ich habe ja gar nicht oder omex ist wobei heute ist es was anderes nein das ist immer noch dasselbe nein heute darf ich ragen nein darfst du nicht das ist eine fun aufnahme kill mal die max dort nur vor die hüse snacken ich bin tot leute behaltet die mev controller ein bisschen schaut mal rein wo ich diese dinger schieße was mit kontrollern mit dem kölner ich bin nur größer wird es so inzwischen ist es zu kürzen es wird schmeckt man nicht so ich mache nur kürzen ein jahr-monie angeblich an der Achtung von einer hoch hier war gar nicht das ist es will an sein ich stehe bei Markus der weiß was ich meine hier war ich komme ist neben mir also fragt mich wo wenn ich auch mit Treppe direkt nehmen die Ziel So Leute, stell doch nicht in den Bereich auf, wir blocken die da ab. Da ist er! Da ist er! Oh mein Gott, das ist ja schlecht. Ich kann mal hier. Ja, eben so hat ihn töten können. Kann er nix zauern, ja. Wenn es wieder da, wo man nicht... Ja, ich deck die andere Seite, komm hoch. Oh, fass ich hinter dir ab. Ab ihn. Jetzt hab ich schon eine Anruktion. Also so kommen wir gut wegspielen. Okay, ich kann nix nicht spielen. Oh, das sind viele. Andere Seite, Vorsicht. Die kommen von oben. Was von oben? Dann geh ich hoch. Von hinten, die kommen von hinten. Scheiße, ich hab schon wieder kontrolliert dein Feuer. Max, äh, Maxi. Das sind Magda von hinten. Da, wo wir grad sind, ist es so hinten oder ist es vorn? Wo ist hinten? Wo ist vorne? Da, wo Edelstiler ist es hinten. Wo ist der Foto? Jetzt versammelt euch von alle bei... Ach, da. Bei dir. Im Gebäude noch beim grünen Rauch. Ich geh mal vor, erkunde mir die Lage ein bisschen. Ich bin ja schwer, falls ihr es noch nicht gekriegt habt. Da kriegst du jetzt mal alles durch. Und... Nein, Alter, es sollt noch nicht... Nein, ich will jetzt... Ich will jetzt nochmal ein paar Dinger schießen. Dann gucken wir die Lage. Und dann pushen wir vor, okay? Die sind alle der Hüben beim Wegpunkt. So. Geil, ich danke. Geil, ich bin die Max, ne? Ich bin die Max, ne? Nicht der Max hinterher. Dann sind die Max hinterher. Unsere Max ist lebenswürdig geworden. Da ist einer! Spion! Ich darf hier nicht schießen! Lappengamer, gibst du noch? Dankeschön, Lappengamer, geh. Na, voll. So, schön rausgepusht. Schön rausgepusht. Ja, Muni, Muni. Ich push nämlich zum Wegpunkt. Unten, da, ja, da, hier. Warte, normal. Ja, ich hab, ich hab. Achso, dann Lappengamer, klingst. Nein, die Technikanlage ist verfeinigt. Lauter, ja. Geil gemacht. Ja, hier können wir voll viel Punkte machen. Ja, ich hab jetzt gut gepunktet. Also so gefällt mir das Spiel in der Zeit eigentlich. Na, schau, jeden Tag wieder machen wir das gemeinsam. So. Gut. Wenn wir gar nicht so schön bei der Technikanlage pushen, gehen wir jetzt woanders hin. Wir haben noch einen Brawler, der gleich auf uns kommt, und zwar direkt auf uns. Und einen Sandy von der anderen Seite, der ist schon bei uns. So. Hatten wir eine geile Valkyrie, das möchte ich nämlich jetzt auch probieren. Cool, ne? So viele. Okay, nein, gut, dann pushen wir mit Samper. Wir pushen sie weg, dass wir nicht mal hierher müssen. Sind der aufhören auf eine Leiche zu schießen? Sammelt euch mal da, beim Topic. Das ist schon ein bisschen weit. Das ist ein bisschen weit. Ich bin da. Es ist auf der falschen Seite. Also das ist jetzt. Scheiße. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.